Du bist heute bei mir, wenn Du Dein Fahrzeug anmelden willst, was Du für ein Auto kriegst. Ein Golf. Im Zuge dessen müssen wir das Auto anmelden. Das heißt, ich möchte da ganz kurz was erklären. Wir haben hier ein maßgeschneidertes Produkt für junge Leute. Das heißt KFC Start Plus. Da ist im Prinzip alles drinnen verpackt, das einen jungen Menschen betreffen kann. Sei es jetzt rechtsschutzmäßig, privathaftpflichtmäßig oder unfallmäßig, wenn wirklich etwas passieren sollte. Der große Nutzen von dem Ganzen ist für Dich, dass Du die günstigste Bonusstufe für die Kfz-Haftpflicht dafür bekommst. Das heißt Du zähst eine geringe Prämie. Ich würde Dich bitten, dass Du das kurz anschaust und ansonsten mal, ob das passt. Was hat mir da dran? Was hat mir da dran? Das heißt, du hast du da. Das ist eine. Es ist eine. Du musst du da.